Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo und zwar ist jetzt mein Urlaub soweit. Ihr habt ja jetzt auch in den letzten Videos gemerkt, da habe ich schon ein bisschen darauf angesprochen und jetzt am Wochenende habt ihr ja auch mehrere Videos noch so bekommen, am Samstag und am Sonntag, was ja eigentlich unüblich war für mich. Und zwar habe ich euch so ein bisschen Rocket League und auch ein bisschen World of Warships gezeigt, damit ihr halt noch so ein paar Videos extra habt, die ihr dann in meinem Urlaub anschauen könnt. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mindestens, also ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Wochen, da habe ich richtig Urlaub und in der dritten Woche bin ich zwar quasi wieder da, aber da wird es dann noch keine Videos geben, denn ich wollte ja ein bisschen noch was umstrukturieren auf dem Kanal und ich habe auch so nebenbei noch so ein paar Sachen zu tun. Daher werde ich da wahrscheinlich nicht zukommen. Ich werde euch aber über Facebook und auch in Form von einem Video nochmal dann Bescheid geben, wenn es soweit ist, beziehungsweise ob sich da irgendwas ändert. Und ja, hoffe, dass ihr auch weiter dabei bleibt und freue mich auf jeden Fall, dass euch das soweit auch alles gefallen hat, was hier auf dem Kanal gelaufen ist. Und ihr könnt mir auch gerne weiterhin Bescheid geben, wenn ihr andere Sachen sehen möchtet oder wenn ihr bestimmte Sachen sehen möchtet. Das werde ich mir auch alles dann durchlesen. Und dementsprechend könnte man dann auch sagen, dass ich nach meinem Urlaub ja, das ein oder andere Projekt von euch dann auch dran nehme. Und ja, mal abwarten. Vielleicht möchte ja der ein oder andere von euch dann sogar teilnehmen. Das müssen wir uns dann aber dann noch überlegen, beziehungsweise das müssen wir dann ausdiskutieren. Und ich würde sagen, das war es dann für dieses Mal. Ich bin raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann!